Spitterfasernackt Spitterfasernackt ist eine Mischform aus Spitternackt und Fasernackt. Wenn ich an meine Kindheit denke, meine Jugend, dann denke ich nicht an DDR oder so. Ich denke an meinen kleinen bescheuerten Bruder Dennis. An meine Freunde von damals. Skateboardfahren war für uns wie mit Graue, Langweilige um uns rum umzuinterpretieren. War unser schöner, geheimnisvoller, hässlicher Betonspielplatz DDR. In meinem ganzen Leben kein Kandidat der Regeln so gehasst hat wie Dennis. Wir sind so oft knapp davon gekommen. Die wollten sich nicht irgendwen holen, die wollten natürlich den Chef. der Name war uns bekannt. Unsere Aufgabe bestand in der Einflussnahme, die Leute den richtigen Weg zu führen. Die innere Ordnung, die Sicherheit war gefährdet. Wäre schön, wenn es einen besseren Grund geben würde, sich an die Zeit zu erinnern. Im Osten wird halt einfach alles viel länger gehalten. Wir hätten nie gedacht, dass es uns das geht und so verbindet. Aber solange es ihnen ging, sind wir gefahren. Bis ans Meer hat man uns das vorgestellt. Wir haben 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 uns das vorgestellt.